ApoRed hat mit Call of Duty Let's Plays auf YouTube angefangen. Er konnte sich aber im Laufe der Zeit immer weniger mit den neuen COD-Teilen identifizieren und hat deswegen bei etwa 200.000 Abonnenten mit Let's Plays aufgehört. Der neue COD-Teil gefällt ihm jedoch sehr gut, deswegen lehrt er auf seinem Kanal Red Summer wieder Let's Plays hoch. Der Link zu seinem Gaming-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Denkt ihr, dass ApoRed jetzt seinen Hauptkanal vernachlässigen wird? Drückt rechts oben auf das I und stimmt darüber ab. Danke fürs Zuschauen, über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.